Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge. Hallöchen, wir legen los. Ich habe nichts rausbekommen. Ich habe nichts rausbekommen. Ich wieder nicht, wieder nicht. Jetzt, 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 jetzt. Hä? Wieso? Ach, es lag, glaube ich einfach. Jo, was ist das denn? Ich habe, glaube ich, alles von dir geklaut. Nee, nicht alles. Ich habe auch was. Oh, jetzt habe ich auch endlich mal was rausbekommen. Hulk. Hier ist ein Hulk. Okay, ich bin tatsächlich fast tot. Oh, das ist ein Hulk. Oh, nee. Wow. Epic Marvel Explo... Wow, 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 wow. Ich habe mit dem Halbwerts überlebt. Okay, wir können diese Hulk-Blöcke offensichtlich abbauen. Außerdem, Idina, ich will dir nicht alles klauen. Warte, ich gebe dir gleich was wieder. Ich habe nämlich tausend Sachen doppelt hier auch bekommen. Aber erst mal baue ich die Hulk-Gems hier ab. Warte, was ist denn das? Hulk-Material haben wir da bekommen. Außerdem haben wir hier noch irgendwie Marvel-Explosion-Dinger bekommen. Irgendwie hier. Lass mal testen. Ähm... Server gecrashed. Jo. Alter. Ähm... Können wir noch den Server wieder? Ja. Wir sind noch rausgeflogen. Das war irgendwie eine Atombombe. Die war zu krass für den Server. Mann, jetzt brennt hier alles im Prison. Egal, Leute. Das ist ja... So, wir haben die Weltraumrüstung nämlich bekommen. Ähm, und zwar die fulle... So, nee, Schuhe fehlen uns. Warte, ich habe verschiedene. Edelstahl und Weltraum. Idina, aber das Ganze, den ganzen doppelten Kram gebe ich dir mal. Du, das brauche ich ja nicht. Idina, ich habe hier was für dich. Also, eigentlich ist das ja dein Stuff. Das habe ich alles nur doppelt und dreifach. Aber, aber ich brauche Schuhe. Gib mir mal Schuhe. Hast du Schuhe? Schuhe habe ich selbst auch nicht. Das heißt, da habe ich dir gar nichts geklaut. Oh, nein. So. Okay, weiter geht's. Zack. Zack. Was ist das? Ein Blue Death Helm. Ein paar Emirates, ein paar Diamanten. Zack, zack. Oh, was haben wir hier? Ein Thor Helm. Gibt sich aus wie Thor. Was haben wir hier? Laserschwert, Mars Weltraum Material, Weltraum Apfel, Mars Männchen Haut, Mars Diamant Apfel. Alter, das hat sich auf jeden Fall... Was fliegt denn hier rum? Das sind Partikel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Thor mit T-Wheel. Okay, volle Thor. Oh mein Gott, was ist das? Das ist das Ultimate Legendary Mars Schwert. Das hat Inventar durchmischen 5, Rüstungsbeschädiger 6, Marseinschlag 3. Jo, was geht ab, Alter? Ähm, und mega viel Damage. Das passt nicht mal an eine Zeile. Alter, das ist ja mega, das nice Schwert. Oh, wir haben ja gar kein Rucksack. Nö, nö, kein Rucksack. Deswegen hast du mir das gegeben. Wir sind im Gefängnis, die da gibt's kein Rucksack. Oh, da können wir uns Full Hulk aufmachen hier. Das ist sehr nice. Oh, die Explosionsdinger wieder. Wobei, die benutze ich mal lieber nicht. Ey, das ist das Server gecrashed. All. Zack. Oh. No. Au. Das ist ein Brunnen, Leute. Können wir noch aktiv... Okay, können wir nicht. Das wurde irgendwie weggesprengt. Okay, was haben wir hier? Das sind verschiedene Rüstungen. Ey, mein Inventar ist jetzt schon voll, Leute. Mein Gott. Äh, Blue Death und Flux Crystal. Okay. Ich bin halt jetzt schon so... Alter. Yo. Das ist nochmal das Schwert. Jetzt habe ich es zweimal. Hat das die gleichen Verzauberung? Ja, das hat tatsächlich... Das hat noch mehr Damage, glaube ich. Oh, da sieht das nur so aus. Ich glaube, das sieht nur so aus, Leute. Oh, Mann. Ist ja mega. Leute, guck dir mal dieses Schwert an. Alter, das sieht auch mega nice aus. Das sieht aber schon auch cool aus. Ey. Mars Armor Destroyer. Cool. Können wir nice die Rüstung kaputt machen. So, Brunnen aktivieren wir. Alter, Leck. Mega Leck. Yo. Alter. Zwei. Immer noch zwei. Sollten das nicht mehr sein? Ah, vier. Boom, 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 boom. Äh, acht. Hilfe. Oh mein Gott. Yo. Ey, willst du jetzt etwa ausbrechen? Ich habe gar keine Blöcke. Ich kann ja nicht mehr was machen. Was macht man jetzt, Leute? Habe ich irgendeine Rüstung, die ich fliegen kann? Ne, Schnelligkeit. Iron Man kann doch fliegen bestimmt. Oder? Iron Man ist doch jemand, der fliegen kann. Jawoll. Elina, du brichst nicht aus. Das kannst du vergessen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, tschüss Elina. Ausbruch abgewehrt. Bummer. Oh, jawoll, Alter. Nice. 64 Bruchsteine. Auch nie hat sich jemand so über 64 Bruchsteine gefreut wie ich. Oh, was ist das? Äh, Zitaurizepter. Okay, das ist auch ziemlich heftig stark, das Ding. Boom, boom. Oh, Alter. Was war das denn? Dunkles Material Block. Ich brauche, hast du Holz, Elina? Ne, ich habe gar kein Holz. Oh, man. Ich kann mir gar nichts craften aus den ganzen Dingern. Hier sind lauter Kisten. Oh. Nehmen wir uns. Können wir das denn? Hast du das Legendary Sword schon, dieses 3D-Schwert? Nee. Oh, Captain America Material. Aber da wäre höchstwahrscheinlich keine Werkbank bekommen werden hier im Knast. Können wir damit, glaube ich, leider nicht so viel anfangen. Da habe ich gerade leider gesagt. Blu-Dev. Aber wir haben verschiedene andere geile Rüstungen, Leute. Wir brauchen das auch gar nicht. Hier, wir behalten definitiv die Iron Man. Dann haben wir Blu-Dev. Und die Mars-Diamant-Schuhe. Das sieht eigentlich alles ziemlich nice aus, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen noch 5 Blöcke. Und dann planen wir mal unseren Ausbruch. Okay, das hat Elina jetzt gerade gehört. Aber... Vier. Zack. Okay, das war mega, der Müll. Drei. Oh. Zack. Oh yeah. Ring-Cases, Leute. Das ist sogar ziemlich nice. Okay, da packen wir mal kurz die Materials rein. So, okay. Zack, zack, zack. Mal sehen, was wir für Ringe rausbekommen, Leute. Danach öffnen wir noch 2 Blöcke. Mal sehen, wir bekommen den Ruby, 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 Ruby. Und den Jory. Jawohl. Der ist besser. So, sehr, sehr schön. 2 Blöcke hatte ich noch gesagt. Oder 3, ich weiß es schon gar nicht mehr. Edelstahlschwert. Geschmiedet aus irgendetwas. So, den Brunnen noch. Und dann noch 1 Block, würde ich sagen. Potato Wish. Jawohl. Letzter Block. Hohen Brunnen und... Sponge. Okay. Gut, dann... Ja, ausrüsten ist ja quasi schon erledigt. Oh, vielleicht 2 Korrosionen. Dann hier Weltraumapfel. Ich hab'n Weltraumapfel. Wolverine-Hose. Okay, das ist mega cool. Okay. Hey, brichst du aus? Hey, wo bist du? Hey, du brichst aus. Wo bist du? Alter, Elina! Das ist so gemein, ey. Lauf, 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 lauf. Ich baue mich mit allem Möglichen jetzt hier hoch, was ich habe. Oh. Halt, ich hab' Slowfall, wieso? Why? Why? Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Sag ich dir nicht. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich glaube, ich bin erster, oder? Bin ich jetzt erster? Elina ist ausgebrochen. Wir haben nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen sie töten. Wie du aussiehst. Das hast du für ein Gesicht. Okay, Leute. Wir essen den Weltraumapfel. Und wir essen den Mars-Diamant-Appel. Und dann hab' ich hier verschiedene... Nein, Elina, das crasht den Server. Oh, das ist Hoppla. Oh, das wusste ich nicht, dass es jetzt machbar ist. Aua, aua. Ey, ey, ey. Meine Range geht über 100 Kilometer, ey. Oh, das Schwert ist mega geil. So, Elina, was machst du, ne? Weiß ich nicht. Okay, wir haben hier aber noch verschiedene Potions. Die eine ist daneben. Oh, die zweite hat getroffen. Und die dritte. Oh, daneben, verdammt, ey. Let's go. Geht down, Elina. Ich seh halt nix, ne? Die Blitze, das Schwert ist viel zu heftig. Ich seh auch nix, weil die ganze Zeit mein Detail-Dingst wird. Elina, was los? Mann. Ja, aber irgendwie gehst du nicht down. Ja, ich hab halt so einen starken Trank genommen. Hab ich doch irgendwas? Äh, Ananas. Ey! Gut? Nö. Komplette Superhelden-Rüstung ist wieder am Start. So. Elina hat auch nachgerüstet, wie ich sehe. Weltraum-Rüstung ist am Start. Ja, voll! Ey! Mann, dein Schwerd ist so blöd! Ja, aber deine Rüstung ist auch heftig. Warte. Ich wollte mein Schwert wechseln, aber wenn du mich nicht lässt... Ey, dann mach doch. Wechsel mal. Hab ich. Wessen Rüstung geht's zuerst kaputt? Ja! Mach's Edelstahl-Schwert, Leute. Sehr schön, GG. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Flank auf jeden Fall mal den Like-Button. Und vergiss nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn du immer up-to-date bleiben willst, du kannst jetzt auf das Video klicken. Da kommst du zur letzten Episode und dann sehen wir uns morgen. Ciao! Tschüss!